Am Max-Planck-Institut für Evolutionäre Anthropologie beschäftigen wir uns unter anderem mit der Evolution von kognitiven Fähigkeiten. Dazu testen wir neben Kindern und Menschenaffen auch Hunde. Wir interessieren uns also für die kognitiven Fähigkeiten von Hunden. Wir fragen uns, was Hunde über ihre Umwelt verstehen. Dies ist die Hundegruppe. Als dritte von links in der oberen Reihe sehen Sie Yolanda Kaminski, links daneben stehe ich, Johanne Breuer. Wir beide haben die Hundegruppe in Leitzig aufgebaut und testen nun schon seit über zehn Jahren Hunde dort. Die Hunde werden hier in diesem Bungalow getestet und zwar sind das ganz normale Familienhunde. Die Besitzer bringen sie uns vorbei und holen sie nach ein bis zwei Stunden wieder ab. Für die Hunde läuft das Ganze ab wie ein Spiel. Es geht also um Futter und um Spielzeug. Warum testen wir überhaupt Hunde? Warum sind sie für uns interessant? Sie sind deshalb interessant, weil sie schon so lange, nämlich über 15.000 Jahre, mit dem Menschen zusammenleben. Und in dieser Zeit haben sie offensichtlich einige spezielle Fähigkeiten entwickelt, die sie von anderen Tieren unterscheiden. Eine Frage, die wir stellen, ist, ob Hunde die menschliche Zeigegeste deuten können. Diese Geste ist für uns Menschen sehr wichtig in der Kommunikation und Menschenaffen haben zum Beispiel große Schwierigkeiten, diese Geste zu deuten. Die Hunde kann man ganz einfach testen, ob sie diese Geste deuten können. Dazu nimmt man zwei Becher. In einem Becher ist Futter versteckt. Der Hund weiß aber nicht, in welchem Becher. Und er kann auch nicht riechen, in welchem Becher das Futter versteckt ist. Und nun gibt die Assistentin einen Hinweis. Und zwar deutet sie mit ihrem Zeigefinger auf den richtigen Becher. Und die Frage ist, ob die Hunde sich für jenen Becher auch wirklich entscheiden. Und das tun die Hunde. Die Hunde gehen also zu dem Becher, auf den die Assistentin gezeigt hat. Auch Welpen können die menschliche Zeigegeste nutzen, um verstecktes Futter zu finden. Die Hunde können auch noch andere Hinweise nutzen, um verstecktes Futter in dieser Situation zu finden. Zum Beispiel, wenn der richtige Becher markiert wird. Das heißt, wenn die Assistentin einen Marker, also ein Holzstück, auf den richtigen Becher legt, dann sind die Hunde auch richtig. Und selbst wenn die Hunde nur die Hand sehen, die diesen Marker platziert, dann wählen sie den richtigen Becher. Das heißt, sie sind relativ flexibel, was solche Hinweise angeht. Viviane Kaminski interessiert sich für eine spezielle Gruppe von Hunden, die gelernt haben, dass Spielzeuge Namen haben. Diese Hunde spielen also mit ihrem Besitzer immer das Spiel Bring das Huhn oder Bring den Ball. Und dann bringen sie auch wirklich den richtigen Gegenstand. Viviane Kaminski hat diese Hunde nun in eine neue Situation versetzt. Das heißt, jetzt wurde nicht mehr gesagt, bring das Huhn, sondern es wurde gesagt, bring das. Und dann wurde auf den richtigen Gegenstand gezeigt, und zwar eine Kopie des Gegenstandes, den die Hunde bringen sollten. Und die Hunde konnten auch dieses neue Problem lösen. Das heißt, wenn sie die Kopie gesehen hatten, dann brachten sie den richtigen Gegenstand. Das heißt, Hunde haben ein sehr flexibles Verständnis über die Kommunikation mit dem Menschen. In einer weiteren Studie haben wir uns die Frage gestellt, was Hunde darüber verstehen, was der Mensch sehen kann. In diesem Versuch saßen sich Hund und Mensch gegenüber. Dazwischen standen zwei Barrieren. Die eine aus Holz, die andere aus Plexiglas. Und es lagen zwei Spielzeuge zwischen Hund und Mensch. Und zwar jeweils hinter den Barrieren aus Sicht des Menschen. Das heißt, der Hund konnte beide Gegenstände gleichermaßen sehen, während der Mensch nur den einen Gegenstand, in dem Fall hier nur den Ball, sehen konnte. Und nun hat der Mensch den Hund aufgefordert, bring es her. Und die Frage war, welchen Gegenstand, also welches Spielzeug, der Hund bringen würde. Die Hunde haben bevorzugt den Ball gebracht, der hinter der Plexiglas-Barriere lag. Und das deutet darauf hin, dass sie sensibel für die menschliche Perspektive sind. Denn nur diesen Ball kann der Mensch meinen, wenn er sagt, bring es her, den anderen sieht er ja nicht. Eine ähnliche Frage haben wir auch in dem nächsten Versuch gestellt. Ob Hunde sensibel für die menschliche Aufmerksamkeit sind. Hier wurde verbotenes Futter verwendet. Das heißt, dem Hund wurde ein Stück Futter direkt vor die Nase gelegt und dann wurde gesagt, aus. Also der Hund durfte das Futter nicht fressen. Und nun hat der Mensch verschiedene Dinge getan. Entweder hat er den Hund angeschaut, oder er hat die Augen geschlossen, oder er war weggedreht oder er war abgelenkt. Und die Frage war nun, wann die Hunde das Verbot übertreten würden. Und die Hunde haben das Verbot vor allem dann übertreten, wenn die Aufmerksamkeit nicht auf sie gerichtet war. Das heißt, wenn der Mensch die Augen zu hatte, wenn er abgelenkt war oder wenn er weggedreht war. Das deutet also darauf hin, dass Hunde sensibel für die menschliche Aufmerksamkeit sind. Wenn sie angeschaut werden, dann fressen sie das verbotene Futter nicht. Wir haben also mit einigen Studien belegen können, dass Hunde in ihrer langen Geschichte mit dem Menschen tatsächlich spezielle Fähigkeiten entwickelt haben. In Zukunft wollen wir die Frage stellen, wie gut sie unsere Art zu kommunizieren wirklich verstehen und wie sie mit uns kooperieren. Und wie sie die Gonbele, Sie können die Rumpf-Nord怎麼 sehen. Und wie sie sie mit uns kooperieren können, die Menschen zu tun haben. Sie können die Rumpf-Nord zu tun, Vielen Dank.